Denkkultur und Meditationskultur. Ein bisschen provokativ dieser Titel. Am Ursprung oder am Anfang wollte ich das nennen, dieses Audio Denkkultur versus Meditationskultur. Ich habe mich aber dann für das Und entschieden. Zuerst natürlich, beide sind wichtig und zu kultivieren, damit gar kein Missverständnis entsteht. Also das eine ist nicht besser als das andere, sondern die beiden durchdringen sich, wie alle Dinge auf der Welt sich durchdringen, meist das eine im Vordergrund, mal das andere im Hintergrund und so weiter. Meditation ist immer mehr in, das können wir sagen in unserer Kultur und es ist auch sehr wichtig, dass es immer mehr in ist. Das ist besser als eine ausufernde Konsumkultur beispielsweise. Regelmäßig hinsetzen, auf die Atmung achten, Gegenstand bewusst sein, wach sein, aufrecht dasitzen, Gegenstand, Om oder Achtsamkeit, wie auch immer wir oder was auch immer wir für Methoden der Meditation tun. Es sind Meditationen. Also dann dadurch eine liebgewonnene oder immer mehr liebgewonnene Kultur, die sich mittlerweile schon in großen oder mittleren oder auch kleinen Unternehmen durchsetzt, wo man den Mitarbeitern durchaus angedeihen lässt, dass sie ein Achtsamkeitstraining, Seminar mitmachen dürfen. Und die Firma zahlt das. Also selbst von deinem Unternehmen für dich bezahlt, damit du mehr leisten kannst, weil du ausgeglichener bist und dadurch einfach dem Unternehmen zugutekommst. Es ist besser, zufriedene Mitarbeiter zu haben als gestresste, gemobbte und so weiter. Bewusst und wach zur Ruhe kommen. Es geht ja nicht nur um Ruhe. Entspannung ist eine wichtige Grundlage der Meditation, aber Meditation gibt ja noch viel mehr her, gibt auch ganz andere Dimensionalitäten her. Innehalten, Einkehr, die unzähligen Eindrücke, die immer stärker geworden sind in unserer Welt. Wenn wir die letzten Jahrzehnte betrachten, dann hat sich ja exponentiell alles verändert in der Hinsicht, dass wir sehr, sehr vielen Eindrücken tagtäglich ausgesetzt sind, also gewissermaßen eine Reizüberflutung haben. Diese unzähligen Eindrücke, die heute immer mehr werden, die kann man durch Meditation sacken lassen, taumeln lassen, um zu Klarheit, Gelassenheit, Einsicht und gleichmütiger Freude kommen zu lassen. Meditationskultur ist ja eine Konditionierungskultur für uns als Psychotherapeuten ganz wesentlich und einfach zu erlernen, das können wir sagen. Also, wir haben eine immer stärkere Notwendigkeit in dieser Zeit, um meditieren zu können, zu dürfen, zu müssen. Zusammen, alleine, ob deklariert durch den Buddhismus oder durch christliche Kontemplation, all das erlebt einen Aufwind. Unzählige andere Kulturen haben sich Meditationen beschäftigt, nicht nur östliche Kulturen. Und wenn man genau hinguckt und sich genau beschäftigt mit dem Phänomen von Meditation, dann erleben wir es eigentlich überall, in jeglicher Menschheitsepoche und in jeglicher Kultur, egal wie rum und worum angedacht oder eben durchgeführt. Die Wirkungen der Meditationen werden heutzutage emsig in wissenschaftlichen Studien belegt und jeder legt Wert drauf und sagt, ja, das muss wissenschaftlich, neurobiologisch nachweisbar sein und all das. Ich frage mich an der Stelle immer wieder, warum geifern diese Menschen immer so nach dem Beweis, die geifern nach dieser Modekultur der Studien, warum denn? Ich meine, ich kann auch, was wirkt, das wirkt, ist eine Tatsache und ob das jetzt durch eine Studie belegt ist oder nicht, ist ja vollkommen egal im Prinzip, aber das nur mal hier by the way. Also könnte sagen, zweifelsohne ist Meditation eine wichtige und zunehmende Kultur in unserer Welt, in unserer Gesellschaft. Wenn ich mich auf dieses Audio vorbereite, dann sitze ich und schreibe, entweder Stichworte oder Sätze, oder in Kombination meistens aus beidem, Stichwortartig und Sätze. Ich habe mir schon längst abgewöhnt, komplette Skripte zu schreiben, die vollkommen Punkt- und Kommastrich mäßig ausformuliert sind und grammatikalisch korrekt sind, sondern in der Regel arbeite ich am iPhone mit Stichworten und Sätzen und dadurch hangele ich mich dann durch die Audios durch. Es ist ruhig, ich tue das gewohnheitsmäßig, ich habe also hier tatsächlich eine Konditionierung, es fließt. Ich zögere so gut wie nie beim Schreiben. Also ich bin nicht ein Überleger, der ewig herum überlegt und grübelt und tut und sich schwer tut, zu entscheiden, was da jetzt schriftlich niedergelegt wird. Also ich implementiere damit eben meine Umgebung, auch die Gedanken fließen, es kommen Erkenntnisse, es entstehen Gefühle, Klarheiten, es entstehen Kombinationen, die ich vorher nicht gesehen habe. Dinge, die ich mitteilen will, entstehen in diesem Stillen, in Anführungszeichen Stillen, kontemplativen Akt des Schreibens und des sich darauf Vorbereitens. Mir fällt auf, dass in der Welt, die ich wahrnehme, viele Meditationsmenschen, ich nenne sie mal so, oft abgerückt wirken, unwirklich, nicht dazugehörig wirken, entweder positiv oder negativ, das ist unterschiedlich konnotiert. Also in sich getragen. Viele scheinen mir zwanghaft manchmal zu zu sein, als ob sie sich nur noch zurückziehen. Also so eine Rückzugskultur auch geradezu zwanghaft in ihrem alltäglichen Leben formen. Sagen so, tut mir leid, ich muss jetzt mal gerade mal meditieren hier und muss mich zurückziehen. Das ist in Ordnung, wie gesagt, hat aber eben durchaus diesen Touch. Denken Sie nicht mehr, frage ich mich dann. Denken diese Menschen nicht zu wenig? Trauen Sie sich nicht zu denken? Trauen Sie sich vor allen Dingen nicht, die Gedanken mitzuteilen? Oder wollen Sie das alles krampfhaft vermeiden? Denken ist ja in unserem Leben unvermeidbar. Und solange wir denken, leben wir. Der Cogito ergo sum, dieser wichtige Satz von René Descartes, hat ja eine ganze Kulturleistung begründet. Wir denken, wir sind denkende Wesen. Und wir tun in der Meditation einiges dafür, damit das typische Denken nicht so weiter stattfindet. Wir können es betrachten, wir können es beobachten, damit haben wir eine Achtsamkeitshaltung dem Denken gegenüber. Aber das, was wir denken, scheint nicht so wichtig zu sein, sondern das scheint eher lästig zu sein, wie die lästigen Mücken und die lästigen Fliegen, die da sind. Dabei hat auch der Grund des Denkens etwas ganz Wichtiges und ganz Wesentliches. Und das ist ja hier der Vergleich, den ich versuche zwischen Denkkultur und Meditationskultur. Ich weiß natürlich, dass es jenseits von Denken etwas gibt, etwas, das nicht ist oder das einfach dem Denken zugrunde liegt und das Denken schwimmt da drauf und das Denken generiert sich daraus. Was ist das, der große Geist, das geistige Prinzip oder was auch immer, das weiße Rauschen und all das? Es wurde viel und wird viel anspekuliert an dieser Stelle, aber wir wissen es nicht. Ich stelle die Frage an dieser Stelle, wer erreicht diesen Zustand denn immer wieder jenseits des Denkens? Das Leersein, diese Leere, die Leere, die da ist und der Leere ist alles enthalten, ist schon sehr interessant. Und die Frage ist natürlich auch, ist es immer wieder so zweckmäßig für unser Leben, in diesem Zustand sein zu wollen? Da fällt mir auch dieses zwanghafte, diese zwanghafte Erleuchtungsgebaren einiger Menschen auf, die sagen, ich muss unbedingt erleuchtet werden, erleuchtet, erleuchtet, erleuchtet. Und das ist jenseits meines normalen menschlichen Verhaltens und das ist auch irgendwo jenseits von meinem Denken. Und da frage ich mich, ist das richtig? Und können das alle Menschen erreichen oder das ist bekömmlich, wenn sich viele Menschen einfach nur noch wie Buddhas zurückzielen in irgendwelche Höhlen und in irgendwelche Rückzugsgebiete und dann da drin sind? Nur mal so angedacht. Das Denken hat viele Formen. Lösen, anstrengen, grübeln, perseverieren, aber auch den automatischen Fluss, die Inspiration, die Idee, der Einfall, nachts um die Ecke beim Aufwachen, die Klarheit, die Ruhe, die entsteht dadurch, durch das Denken generiert wurde oder von dem Denken begleitet ist. Das Denken ist immer wie Wasser in Bewegung. Mal lauter, mal ruhiger, mal wasserfallartiger, mal wie in einer hohen Welle in einem Tsunami. Es ist wie der filigran gewebte Teppich unseres Lebens, auf dem wir uns bewegen. Die Bewegung ist erst möglich, wenn wir denken. Ich möchte es nochmal sagen. Das Denken ist etwas ganz Elementares in unserem Leben. Nicht umsonst haben wir diese entscheidenden Großhirnaktivitäten, die so subtil und leuchtend sind und all das. Also das Denken nicht abgewöhnen, das ist hier mein Plädoyer, ist sehr wichtig und das tun natürlich auch richtige Meditationsmeister oder Spezialisten darin nicht und haben das auch nie ausgesagt. Das Denken nicht abgewöhnen, sondern unterschiedlich nutzen. Also die Aufgaben lösend bis automatisch fließend. Aber das Denken als das Durchschauen, was es ist, das ist ja die Herausforderung. Unser Denken als das zu durchschauen, was es ist. Viele unbestimmte Möglichkeiten, die Einflüsse auf das Leben haben und ausüben. Mein Plädoyer auch an dieser Stelle, wieder selbst denken. Wieder selbst deine Individualität, deine Nuance, deine Note hinzubringen zu dem Denken. Also ein Denker, eine Denkerin werden geradezu in dem Leben. Ich wünschte mir in unserem Leben viel mehr Denker, die sagen, so wir denken jetzt nach und wir schaffen wieder eine neue Denkkultur. Nicht die Vordenker ewig nachkeulen, nicht ein Buddha nachkeulen oder ein Jesus oder eine Bibel oder auch eine Wissenschaft und all das und die Berühmtheiten und sagen, der hat das und das gesagt, so daran schließe ich mich an und ich mache diesen Menschen, ich arme diesen Menschen nach, ich plagiere ihn. Diese vielfache Abschreibe, Zitat, Plagiat und krampfhafte Bezugskultur. Immer diese herbeigezogenen Bezüge, als ob das eigene Denken nichts wert wäre, hat man manchmal den Eindruck. Und das eigene Denken ist sehr viel wert. Das Denken deiner Klärenden wie auch deiner selbst als Psychotherapeutin, als Therapeut ist sehr wichtig. Und genau das ist der Punkt. Selber denkend und äußernd, selber sprechend mit anderen Menschen, nicht nur im Rückzug der Kontemplation, in der Aufhaltung des Lebens, die natürlich wichtig ist oder die ihren Platz hat, die ihren Sinn hat, aber nicht ewig und immer, nicht in einer künstlich ruhigen, beruhigten, im Autismus des Verkapselten, in dieser Kultur des Verkapselten. Wenn ich das schreibe, dann ist das meine Meditation. Sie ist ruhig, sie ist gedanklich, ohne Vorgabe, ohne Zwang, ohne verkrampfte Form, ohne Konkurrenz. Also in meiner Art der Achtsamkeit, wenn ich es mal so deklariere oder so würde ich es deklarieren. Es ist meins und ich darf es mit anderen Menschen redend teilen oder schriftlich teilen. Zusammen kommunizieren und das Zusammenkommunizieren, das Begegnen, die Beziehung, der Bezug zu anderen Menschen und der Austausch und der Disput und der Diskurs und all das, was dabei rauskommt, ist ein offenes Ergebnis und ein interessantes, spannendes Ergebnis. Da können wir uns drin begegnen in diesen Dingen. Also, wir können uns austauschen. Niemand wird bekehrt. Und das Denken macht lebendig, es öffnet uns. Mach diese schönen Farben und Formen vor dem Einschlafen. Denk mal an die Gespräche, die du dann abends hattest vorm Kamin oder bei einem schönen Glas Rotwein oder egal wo mit den Menschen, die konstruktiv miteinander geredet haben. Keine Streitereien oder übertriebenen Streitereien, sondern der Respekt voreinander und den anderen wirklich annehmen und sagen, ich habe das an anderer Stelle in diesen Audios, in diesen zahlreichen Audios immer wieder dargestellt. Das konstruktive Reden, diese angeregten Gespräche, die wir als Menschen miteinander haben können, die dieses schöne Gefühl mit diesen Farben und dem Zusammensein erzeugen, das ist doch eine Wahnsinnskultur. Kein Talkshow-Krieg, das meine ich nicht. Keine Fronten, die sich treffen und schlagen. Das haben wir heute sehr verbreitet, auch gerade in den Medien oder in den sozialen Netzwerken. Talkshow-Kriege, Kriegereien, hin und her, Geplänkel und so weiter. Rede, Gegenrede, Rede, Gegenrede um der Rede und Gegenrede willen, aber nicht etwas Gemeinsames, Konstruktives, was ja auch möglich wäre. Also Denken und Sprache als Austausch, als Assimilation und damit als Meditation. Meditation und Meditation eben auch die Meditation, die ich mir wünsche, keine Reaktion aus der Gekränktheit durch das Leben. Ich erlebe viele Menschen, die sich wirklich nur zurückziehen und sagen, das ist es nicht auf dem Arbeitsplatz, an der Arbeit und bei der Ausbildung, in der Schule, in der Universität und auch nicht in meiner Beziehung. Ich brauche jetzt den Rückzug der Meditation. Ich muss wieder zu mir selbst kommen. Und das ist ehrenwert und das ist wichtig. Aber es ist nicht alles. Also kein kleines Nickerchen und Abhängigkeit vom Lama oder von gelehrten Experten oder Wissenschaftlern. All das ist das, was ich nicht meine. Und ich erlebe immer wieder Menschen in meinem Alltag, die sehr abhängig sind von Lehrbuchweisheiten, von Expertisen, von Studienlamas, gelehrten Experten, Wissenschaftlern, sogenannten Experten. Sondern dieses gemeinsame Spiel. Wir begegnen uns hier in dieser Gruppierung mit diesen Persönlichkeiten, die wir hier und heute sind, die wir hier und jetzt sind, offen und gemeinsam und konstruktiv und im Austausch. Also zurück zu einer freien Denkkultur, zur Sprachfindung, zum Austausch. Befreiung von der Fremdbestimmung, sei es dein Mann, dein Lehrer, deiner Medizin, deinem Dogma, den Expertisen und all dem. Du kannst denken. Du bist ein denkendes Wesen. Und du bist aufgefordert und eingeladen zu denken. Also weg aus den Lagern. Ich habe oft den Eindruck, in vielen Bereichen der Kultur, das ist ein Lagerdenken. Nur wir sind richtig. Unser Dogma zählt. Und das ist heute nicht mehr die katholische Kirche, schon lange nicht mehr. Und auch nicht die evangelische Kirche mit Luther an der Spitze. Sondern das sind andere Lager. Das sind vielleicht buddhistische Lager. Das sind Sektenlager. Das sind Behauptungslager von Neurofritzen, was auch immer. Die nur ihr Denken verbreiten wollen, ihre Einseitigkeit belehren wollen. Und das Belehren ist ja an sich nicht schlecht. Aber wenn du die Leute bekehren willst und sie untertan halten willst, als nicht denkende oder dumme oder unverständige Wesen, dann ist das problematisch. Also ein Sprach- und Denkverständnis schaffen. Und in dieser Hinsicht ist das zum Abschluss Meditation in allem eigentlich enthalten. Denn sie ist eine Perspektive. Sie ist eine Haltung. Sie ist immer da in allem. Und insofern ist Meditation innerhalb des Denkens und das Denken innerhalb der Meditation. Deine ganz eigene Meditation, das ist die Schlussbotschaft in diesem Audio, wird zur erhabenen Stille deiner Kraftnährung. Und deine eigene Meditation hat sehr mit dem Denken zu tun. Also Plädoyer an dieser Stelle für eine neue Geisteskultur. Vielen Dank. Vielen Dank.